youtube was geht ab und willkommen aus der zentrale ja ich werde mich aber jetzt schon weil ich gerade voll bock habe das video zu starten ich bin noch zu hause haben kann 18 uhr ich muss gleich abholen dann geht es heute nach meuth zu ibiza neues event von unserem kollegen ist auch in der bio verlinkt könnt ihr abchecken und danach geht es heute nach koblenz in die wild oder auf die white nicht in die wild wir gehen später in die white rein so rektal aber wir gehen auf die white nach koblenz ins zenith auch unten verlinkt auch eine baba veranstaltung hier heute heute wird der zahn gezogen sage ich euch heute wird sich das stirnband von innen bestickt da treffen wir dann auch alle unter anderem ist dann heute wieder dabei den kennt ihr auch aus meinen videos wir haben leon dabei wir haben die ganze mannschaft dabei josef legt auf heute wird es heute wird wild heute will ich ziemlich jetzt an machen schwern die und dann fahr ich gleich los ich euch auf jeden fall frohe weihnachten und kommt gut ins neue jahr ich denke wir werden auf jeden fall so ein bester vlog ballern aber trotzdem sage ich euch das jetzt schon mal kommt gut ins neue jahr und ja ich wünsche euch viel spaß beim video bleibt das video teilt das video abonniert meinen kanal aber dann checkt mich ab auf instagram auf tik tok laden wir jetzt auch langsam wieder hoch noch eine kleine noch eine kleine ansage ab nächstes jahr fange ich an mit meinen eigenen podcast zusammen piano kennt ihr ja auch ja das wird wird freue mich wenn ihr den abchecken würdet da auch liebe da lässt und ja wir laden jetzt wieder hoch wir sind da machen nächstes jahr kommt sehr sehr viel sehr sehr vieles in planung dieses jahr leider alles nicht so geklappt aber letztes jahr 2024 mit mein jahr wie jedes jahr sagt man so schön spaß nein ja auf jeden fall fertig freund und bei the way ist es so kalt also es ist geil weil sie schneiden so die wäge nicht so glücklich und es ist trotzdem ehrenlos kalt mein outfit heute und lauven sneaker schaudert an leon er ist jetzt wo so ein gürtel schaudert an aber ich habe auch wieder mein graus hemd an leute denken ich habe einfach nichts anderes zum anziehen aber es ist nicht so schlimm klamotten sind darum tragen zu werden noch eine die öfter tragt lange die wascht es ist gar kein problem so leute stellen machen sich immer so filmen und so und denken so ja ich kann es ja nicht noch mal anziehen wenn ich es einmal angezogen angezogen hatte so es ist normal es ist komplett normal das ist komplett normal jetzt los das auto waschen das ist auch wenn ihr fahrt wenn ihr autofahrt so ich habe meister eda schon abgeholt jetzt bei ibiza neues weißt du dich heute wird wieder cool oder zeig mal den duft des tages heute wirklich das ist der mann der dufte es ist nichts besonderes ich hab mich so durch so richtiges pappen und schon ich habe wenn ihr riechen könnte was ich für ein brach herr und mundgeruch habt dann ihr würdet schon wieder das gleiche geben also hier wird spektakel heute stattfinden ich bin gespannt was das heute für für musikrichtung ja 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 ich bin heute auf jeden fall nur afro haus aber ich spiele afro haus geil ja aber die jungen spielen heute haus steckhaus ein bisschen das haus ist bestimmt auch ein richtiges haus event ja 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 haus event ja guck mal da ist doch schon der mann der mann des haus was geht ab meine freunde was geht ab mein bro servus weißt du dich heute was geht ab wir freuen uns alle sehr willkommen heute zur tierra del fuego mit den breeskis auf jeden fall aber auch meine und das wird eine sehr sehr wilde fiesta und ich würde sagen ihr zieht euch jetzt einfach mal das setup hinter uns rein ich bin gespannt es wird wild ich verpack auf jeden fall in die infobox die jungs die machen eine gute arbeit wenn ihr so hier in der nähe seid von uns ihr wisst ja wo wir herkommen müsst ihr das ab jetzt muss ich auch hier die getränke testen dafür bin ich ja auch richtig hier weil ich bin ich bin professioneller getränke tester ihr wisst das nur noch nicht aber damals in der u18 war ich weltmeister in getränke schätzen und so hier auf euch 10 von 10 ww abend daniel ist auf wieder start lange warst du nicht dabei und heute ist jeder dabei und dann warst du das letzte mal auf meinem kanal ich glaube das war mit ich weiß gar nicht ich bin ich nicht gleich 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 kleiner timeskip wir sind fertig bei ibiza neus ist jetzt in koblenz und jetzt gehen wir wir haben auch wagen gesucht so weißt du ja also wir stehen jetzt hier vor meinem wohnzimmer mittlerweile weil es seine schuld jetzt geht's rein jetzt geht's rein wir warten noch auf leon der müsste auch gleich kommen die anderen auch und dann wird heute wird sich das stirnband von innen bestätigen was geht was geht heute vlog time ja heute ist der flog champions league heute finale final denkst du elfmeter schießen du hast mich geantwortet in der boke habe ich nicht nein was denkst du heute elfmeter schießen oder das liegt schon zu ende machen zu ende auf jeden fall 8 0 10 10 0 10 und vor 10 sind wir tot vor 1 sind wir tot das war ansage zwei stunden zeit der kotzt der putzt gar nichts heute wirklich kurz gar nichts aber nicht in mein auto ich putze in deinem auto genau und dann fährst du fährst du fährst ja ich fahre schlecht komm baby strip für mich was hast du gerade bestellt vier tequila brach wie viel Uhr haben wir eine minute nach eröffnen ein mann heute ist champions league ich werde sterben heute werden wir liften ich habe hier auswand getränkt er muss arbeiten aber die arbeit ist wichtig das ist einer der wichtigsten männer heute was hast du gerade geahnt einen schmackhaften wodka ehen du bist so assi assi wir sind der lidl keiner kann was sagen wir sind der lidl keiner kann was sagen jetzt kommt eine flasche 30 minuten genau kurz vor halbzeit zweite und nach der halbzeit pressing 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 hey du bist eine geile sau ja ja wie fühlst du dich als fahrteiper rütt ich fühle mich sehr gut Ja, hachne ich hier. Halbzeit. 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 Unnötig. Schuss um. Heute ist Champions, bitte! Abonniert mich! Abonniert mich! Und der Steu, schau mir deine Bumse! Oh, ich habe einen schönen Bumse, das ist super! Video, komm! Ja, so lang! Video, komm! Ja, so lang! Im schlimmsten, konse sunt Japanese Am 비� marginalis 접jekte Endstatt Kanal Technik Im wichtig Die Dette, Die Luise, Die Toujours et Die Divorce I don't know I don't know I don't know I don't know Fuck, fuck, fuck C'est fini car pire que ça, ce serait un mot Quand tu crois, enfin il y a encore Ça c'est des problèmes, des problèmes Les musiques, ça vaut les prix, ça vaut la quitte A even. Auf des choses, auf des choses Fahrrad, wer peart mein Auto heute, wer peart mein Auto heute Das ist so, das ist so, wow. Wow, hands up and touch this world. I can't stop, this is so, wow. I am here, motherfucker. Wow. 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 So, yeah. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht mehr Wir kämpfen! Auf den Rassentypen Frauen! Ich will nicht wissen. Big Bab Gyal! Gerd! Gerd! Das ist Gerd! Er steht auf Gerd! Auf welchen Gerd? Auf dem Bomber der Nation? Der Gerd, genau der Gerd! Hau dir den Kopf rein du! I love you. Let's go! Wir laufen jetzt durch Schifata. Auf den Schreck, dass wir rausgeflogen sind, sind wir jetzt was essen gegangen? Wir sind auch hier, wenn wir jetzt essen gegangen, Schifata, ein Geheimtipp. Stufata. Arigatoni. Das nervt mich so sehr. Oh, und du gibst Faust. Der war gut. Ja, der war voll gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt was essen, Koblenz, Larustica, wer weiß, der weiß. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Grüße Antinitus an der Stelle. Bruder, hoffentlich schläfst du gut. Alter, wir haben jetzt gegessen. Ich bin so satt. Du machst eine super Arbeit, wir sind stolz auf dich. Viel Geduld und viel Liebe beim Schneiden der Liebe. Hey, du bist die erste Person, du bist wirklich die erste Person, die dem seine Cutting-Skills lobt. Ben, du bist der größte ***, den ich jemals getroffen habe. Bist du ein Desinfektions- Ich brauche einen Feiertag. Was ist denn? Keine Ahnung, lass mich bis mal raus. Oha! Ufff, nüff! Musik L puttingen mit zur GerPower du triffst 3 0 0 0 0 Bis zum nächsten Mal.